Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und in dem heutigen Video gibt es mal wieder einen exklusiven Skin, den ich mit euch teilen werde und zwar haben wir heute den seltensten exklusiven Skin, den es überhaupt nur in Fortnite gibt und zwar haben wir den Doppel Helix Skin, das Ganze ist ja dieser Nintendo Switch Skin und ja der war ja oder ist er gesagt nur in limitierter Stückzahl rausgegeben worden und ich habe ihn jetzt endlich bekommen für die Leute die mir auf Instagram folgen wissen auch wo ich den her habe also für die Instagram Leute schaut dort vorbei damit ihr auch nichts verpasst hier haben wir halt den Doppel Helix Skin, der seltenste Skin halt von den Exklusiven dann haben wir Telemetrie, Rückenersoir, Punktgenau als Spitzhacke und die macht echt einen geilen Sound genauso wie der Hängegleiter, der Rotor habe ich hier auch schon hier abgespeichert neben meinen anderen exklusiven Zeug was ich hier als Bundle habe, ansonsten ja was auch, es gibt noch 1000 V-Bucks dazu aber die werden mir jetzt hier nicht angezeigt, weil die auf der Switch dann wahrscheinlich nur sind aber ja ich habe wahrscheinlich, ich habe noch so viel Geld 2000 V-Bucks habe ich auf der Xbox, 1000 jetzt auf der Switch, dann habe ich doch 500 auf der PS4 also und das ist schön alles verteilt, naja, aber wenn ihr mich auch kostenlos unterstützen wollt mit jedem Kauf, mit dem Code der Teddybär, wie zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel Mathe-Tanz haben wollt einfach rein und dann einfordern, haben wir jetzt auch noch und dann habt ihr einen schönen Mathe-Tanz auf jeden Fall mit meinem Code dann unterstützt ihr mich gleich zusätzlich ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns montags, mittwochs und freitags um 15 Uhr haut rein und schreibt ihr auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Bundle habt ansonsten, ciao, Leute Outro 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 Outro